Oh, ich habe keine... Fuck you! Alter! Lass mich raus! Shit! Fuck! Lass mich durch! Lauf! Flucht! Der macht mich fertig! Eigentlich kann er mich gar nicht so lang verfolgen, aber die Musik macht mich kirre! Boah! Maschinenraum böse! Ganz böse! Boah! Oh! Ich brauche eine kurze Nervenpause! Ich mache kurz 5 Minuten Pause, für euch geht es gleich weiter! Bin schon wieder da! Boah! Mein Herz! Alter! Boah! Okay! Wo bin ich? Wo bin ich denn hingeflüchtet? Scheiße! Wie komme ich denn jetzt wieder nach unten? Boah! 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 Ich hoffe einfach mal, er ist irgendwo draußen! Oh! Ah! Nein! Ich schwächel schon! Ich schwächle schon sehr! Maschinenraum. Ich will nicht in den Maschinenraum. Oh, hier ist noch ein Raum. Aber vielleicht finden wir ja da ein Schweißgerät. Boah, ich hasse den Maschinenraum. Das ist irgendwie immer. Der Maschinenraum ist man irgendwie nie allein. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hingerannt bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Einfach nur weg. Auch wenn es vielleicht den Eindruck erwecken könnte, warum auch immer, dass ich weiß, wo ich hinflüchte. Ich renne einfach nur. Beine in die Hand und weg. Mist. Bin ich so eine Treppe hochgelaufen? Fuck, ich weiß es nicht mehr. Ich gehe mal zurück zur anderen Treppe und gehe noch einen Stockwerk runter. Der macht mich fertig. Hier ging es auch noch einen Stockwerk runter. Könnte aber eine Sackgasse sein. Ich gehe mal da lang. Ich weiß, ausnahmsweise weiß ich, dass ich davon geradeaus kam. nicht von hier. Aber vielleicht geht es hier ja auch irgendwo hin. In den Maschinenraum zum Beispiel. Maschinenraum ist unheimlich. Maschinenraum ist wirklich unheimlich. Auch so offen. Offen und verwinkelt. Ist ein Widerspruch. Aber es trifft beides zu. Ist einerseits offen und andererseits verwinkelt. Taschenlampe. Telefon. Es flimmert. Natürlich ist der hier schon wieder. Ich hätte gern noch eine Sicherung, um Licht zu machen. Ich lausche gerade. Ich lausche gerade. Der ist hier bestimmt irgendwo. Der ist doch... Ja, der ist hier irgendwo. Scheiße. Wenn er in den oberen Räumlichkeiten in der Nähe ist, dann geht es ja noch. Dann hat man Wände dazwischen. Aber hier sieht der einen ja immer. Von jeder Ecke. Das kennen wir ja schon. Aber unten ist noch ein Raum. Ich glaube, auf der Etage ist auch noch ein Raum. Ich glaube, ich höre ihn auch. So dieses... muss man wieder Geduld haben. Müssen wir wieder ganz viel Geduld haben. Habe ich hier noch einen Energy Drink drin? Nein. Geh weg. Geh bitte einfach weg. Habe ich ihn gehört. Komm, geh weg. Zeit lassen. Der ist immer noch hier. Bestimmt. New Objective? Was? Hä? Wieso habe ich jetzt plötzlich ein New Objective? Wir haben ihn doch schon mal gesehen. Ist er weg? Ich weiß es nicht. Er ist immer noch da. Könnte unten sein. Hä? Es flackert doch. Aber meine Lampe flackert nicht. Alter, wenn das jetzt ein Bug ist, der mich wieder umbringt. habe ich ihn gehört. Habe ich ihn gehört. Irgendwas hat er kaputt gemacht. es flackert. Es flackert doch. Es flackert doch. Bin ich jetzt doof? Ich versuche zu lauschen. Hier flackert doch gerade alles. Nur meine Taschenlampe nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Jetzt flackert sie. Dauert wieder ewig, bis wir hier weiterkommen. Maschinenraum ist eine Todesfalle. Ich weiß nicht, wo ich es sonst sinnvoll nach dem Schweißgerät suchen soll. Ich wünsche dir jetzt Strom fürs Telefon, dann könnte ich ihn weglocken. Da flackert es doch, bin ich jetzt doof. Sieht der mich eigentlich durchs Fenster? Das ist jetzt gerade richtig scheiße. Könnte oben sein, könnte unten sein. Dann schreien. Ja. 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 So jetzt weg. Boah, ich bin gerade so... Ich habe gerade ein bisschen Schiss. Vor dem. Da ist kein Raum mehr. Ich komme hier nie wieder lebendig raus. Ja, genau das meine ich. Du hässlicher Affe. Vielleicht suchen wir einfach woanders nach dem... Äh... Äh, äh, Ding. Schweißgerät. Scheiße! Sackgasse. Bis, da geht es nur nach links. Nevada... Er ist langsam. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? hier nicht da geht es noch nach links ich muss irgendwo nach rechts weg von dem weg, 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 einfach weg da ist Klebeband laut hab grad mal versucht zwischendrin muss ein bisschen lauter reden, sonst versteht man mich nicht hab grad mal versucht zwischendrin ein bisschen langsamer zu gehen für den Fall, dass wir ihn schon abgehängt haben und dann bin ich ihm doch wieder vor die Nase gelaufen aggressiv ist er heute ist heute nicht so geschmeidig wie sonst der Jute mach mal zu dir aber anscheinend gibt es hier Räume in denen wir noch nicht waren I hate you so much da sind wir hergekommen Schweißgerät wo kann ich denn dieses verkackte Schweißgerät finden es fehlt nur noch das uns fehlt nur noch das Schweißgerät Schweißgerät der Q4 ist dicht ich hoffe der bleibt noch ein bisschen da unten tausend Radios tausend Taschenlampen ein Tape da kann man die Kameras zukleben immerhin äh falsche Seite ich muss auch so dem gar nicht oben rüber noch an der Seite lang puh 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 können wir uns nochmal in Ruhe umschauen wenn die Kameras zu gebabbt sind ach das hat geflimmert so der darf jetzt ruhig ein bisschen da hinten rumhängen bei Maschinenraum Da gefällt es ihm ja so gut. Dann kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken. So. Ja, ich weiß, da war auch noch eine Kamera. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Das liegt ja sonst immer gern so offensichtlich rum. Treppe. Aber heute möchte es anscheinend nicht offensichtlich rumliegen. Hör auf zu ruckeln. Natürlich ist er schon wieder da. Ob ich den jetzt angelockt habe, weil ich gespürtet bin? Ich weiß natürlich auch nicht, ob es doch irgendwo eine Ecke gibt, wo dieses Schweißgerät besonders gerne rumliegt. Das weiß ich leider nicht. Ist er jetzt weg? Haben wir es jetzt? Ich mag den Licht besonders. Da ist noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. Und eine Note. Und ein Glas. Und ein großes Nichts. Mist. Ist blöd. Ich würde echt gern versuchen, mit dem U-Boot zu entkommen. Ich dachte, es hätte gerade geflimmert. Hier war ich schon. Langer, gerader Gang. Alles andere als schön. Da hängt hier bestimmt wieder irgendwo rum. Das macht er ja immer. Im Treppenhaus abhängen. Das ist ein Hobby von dem. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich habe keine Zucker. Hier ist nichts mehr. Und tschüss. Es ist sehr dunkel. Ich hebe mir meine Taschenlampe lieber auf. Hat gerade geflimmert. Hier ist nicht gut zum Verstecken. Hier ist noch eine Tür. Eine Sicherung. Das ist schön. Aber nicht so sehr hilfreich. Mist. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Unten hat es geflimmert. Überall hat es geflimmert. Ich muss noch eins nach oben. Da absuchen. Aber ich warte erstmal einen kurzen Moment. Hm. Ich wollte gerade nach... Da hat irgendwas eingetreten. Ich wollte gerade nach oben gehen, weil es unten geflimmert hat. Dann hat es überall geflimmert. Oha. Scheißgeist. Haben wir auf dieser Etage schon alles? Ich möchte dem jetzt nicht mehr in die Arme laufen. Geh weg. Geh weg. Meisterhaftes Geisterwerk, ey. Meisterhaftes Geisterwerk, ey. Naja, kann man nebenbei in Ruhe was trinken. Die Runde wird etwas länger, wie es aussieht. Das ist auch die letzte Freude. Vielleicht kann ich morgen noch ein bisschen was aufnehmen. Macht Spaß. Es ist frustrierend, aber es macht Spaß. Diese Husterei. Ich hoffe, er ist weg. Es flimmert unten. Da war ich schon. Da war ich schon. Hier war ich auch schon. Mist. Im Müll vielleicht? Nein. 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 Scheiße. Stockwerk höher ist da nur noch die Brücke. Mist. Ah, Knicklicht. Mist. Mist. Okay, schauen wir mal auf die Brücke nochmal. Sonst kann es nur noch unten irgendwo sein. Hier ist die Treppe. Hier ist die Treppe. Hier ist noch eine Kamera. Hier ist noch eine Kamera. Bitte, 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 bitte. Eine Note. Radio. Tape. Kann kein Tape mehr tragen. Oh, nee. Mist. Oh, nee. die Treppe. Hier ist nichts. Hier ist Feuerzeug. Noch eine Eieruhr. Kann ich alles nicht mitnehmen? Ich bin voll. Ich bin voll. Ich sehe ihn schon. Steht da hinten. Da hinten. Boah. Drecksack. Vielleicht bleibt er da hinten. Kann ich hier nochmal runtergehen? Flimmer, flimmer. Deck sechs. Deck fünf. Deck vier. Verzweiflung. Mach zu. Ja. Er ist nicht gekommen. Noch nicht. Noch ne Taschenlappe. Ist doch noch ne Note. Ich hab gehofft, dass hier mehr drin ist, als nur diese blöde Spule. Mist. Die ich nicht mitnehmen kann. Weil ich 50.000 Taschenlampen dabei hab. Und 300 Radios. Treppe. Kanister. Ich schau nie in die Kartons rein. Ist vielleicht ein Fehler. Boah. Schrecklos nach. Ich brauche nur ein Schweißgerät. In den Containern war ich auch drin. nicht besonders lange, ehrlich gesagt. Nicht besonders lange, ehrlich gesagt. Weil ich da ein bisschen Panik kriege. Dass mich gleich was anspringt. Vielleicht. Vielleicht müssen wir nochmal reingehen. Vielleicht. Vielleicht müssen wir nochmal reingehen. Vielleicht was übersehen. Wir haben ja 50 Taschendampen. Komm schon. Hier liegt doch immer irgendwas drin. Ein Rucksack. Ja nun. War ich hier noch gar nicht? Ich bin wahrscheinlich nur durchgeflüchtet. Oh Gott. Boah. Der Rucksack, der bringt mich jetzt auch nicht so... Auch nicht so viel weiter. Schnauze. Schnauze. Diese langen Gänge sind furchtbar. Eine Tür. Eine Sicherung. Okay. Verdammt. Oh komm. Muss doch irgendwas sein. Nicht so laut, ihr verdammten Türen. Treppe. Treppe. Ich weiß nicht, ob ich schon alles hatte hier unten. Langer gefährlicher Gang. Und das Schweißgerät. Und das Schweißgerät. also das sind doch jetzt so Räume, wo ich ein Schweißgerät erwarten würde, oder? Gott, ich hoffe, er ist weg. Nicht so laut. Nicht so laut. Eigentlich sind das doch so Räume... Hier war ich schon. Wo ich... Hier komm ich her. Wo ich ein Schweißgerät erwarten würde. Ich wollte sowieso eins nach unten. Ich wollte sowieso eins nach unten. Was ist das denn? Also wirklich. Kacke. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Knicklicht. Scheißgerät, Schweißgerät, alter. Kann ich jetzt... Kann ich jetzt natürlich... Der war im Container. Scheiße, geh weg. Lauf doch. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Bitte keine Sackgasse. Danke. Mach zu. Boah. 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 Der war im Container. Scheiße. Wasser. Hätte lieber Cola, aber die habe ich schon alle weggesoffen. Ja, es wird ganz klar. Halt, das verdammt bin. Ja, klein. Scheiße. Egal, halt, kaputt, war abkürzung. Du weisst, was gesagt consolidate, was sagt das schon war? Theoretisch haben wir im Maschinenraum ganz unten noch einen Raum. Wo wir aber nicht reinkommen. Der ist, glaube ich, immer zu. Treppe. Scheiße, wo ist denn dieses Schweißgerät? Deck 4 ist zu? Wir sind also wieder auf der Seite, wo Deck 4 zu ist. Okay, das ist hier hinten. Kacke. Ich meine, der Scheißgeist ist ja sowieso überall. Kann ich auch laufen. Gibt es da vorne auch Wohncontainer? Ich meine, Upsa. Wenn ja, dann waren wir da, glaube ich, noch nicht drin, oder? Ach je. Ich hoffe, er ist jetzt nicht schon hier. Deck 4. Das ruckelt ein bisschen gerade. Ich habe ein Rohr gehört. Waren wir hier noch gar nicht überall. Hat er uns da rausgescheucht? Oh, Maschinenraum. Ich will da nicht reingehen. Gibt es immer Verfolgungsjagd da drin. Der ist einfach zu offensichtlich. Ach, das ist nur wieder so eine blöde Tür, ne? Die gar nicht so blöd ist. Können wir hier in den Wohncontainer reinschauen? Oben auch. Sieht so lila aus da hinten. Ich hoffe, das ist nur Grafik. Ja. Boah, das habe ich gerade... Das sind doch... Sind das nicht genau die gleichen? Wie drüben? Scheiße. Sei nicht so laut. Sei nicht so laut. Hier bin ich doch runter vorher, oder? Mist. Das ist natürlich. Okay. Vielen Dank.